Erfolgreich sind wir nie! Oh, noch viel drin? Guck mal! Guck mal du mich! Nimm mal irgendwo da längst! Guck mal, kaputt! Er ist grün! Oh, scheiße! Cool, ist grün? Hinten drin gibt's... Nö! Wo hast'n die ausgegraben? Alles noch heile! Wir hätten auch ein Ding rausziehen können hier hinten! Zieh mal bitte raus! Danke! Kaputt! So, jetzt sind die Besten, also die, die ich nicht brauche, alle aus! Er hat'n 2 in Englisch, das ist auch gut! I have a 2 in Englisch! Äh, was hab' ich überhaupt gehabt? Ich hab' ne... Ne 4 in Halb, das heißt ne... Machen wir kurz... Ne 3 in Halb? In Englisch... Keine Ahnung! In unserem Seem war' ich in der 4... In unserem Seem 4 in Halb, glaub' ich, bei euren Deutschen oder Aus... Ich kann noch mal... Glaub' ich, im Deutschen ist es umgekehrt, das heißt ne 3 in Halb... Ja, glaub' ne 3 in Halb... Ne, warte kurz... 1, 6... 5 ist... Ne 5 ist ne... Ne 5 ist ne... Ne 5 ist ne 2... Ne 4 ist ne 3... Ne 3... 3 in Halb, ja! 3 in Halb! Ne, genügend bis... Bis gut! War das! Genügend bis gut! Ne 4 in... Ja! Zum Glück haben wir heute... Nicht wirklich viel gegessen! Da... Geht sowas schon rein! Oberfranke! Oberfranke! Siehst du? Wir sehen nur alle! Du wirst du meinen, wenn ich grad nicht rede, aber... Ich bin an dem Essen! Und... Ich bin an dem Essen! Ok! Ok! Soll ich noch eins... Wir müssen morgen hier mal ne Runde aufsaugen, glaub ich. Stopp. Guck mal, das kannst du auch lesen. Das können wir lesen. Die Eurofragen ist ein Pfeifen. Die ist besser als Bayern. Die Bayern haben ein großes Bundesland. Hm. Ja, stimmt. Was mit eurer Weißwurst? Naja, okay, gut. Die Weißwurst... Geht alles klar. Ja, wir nähren uns. Wir nähren uns ganz gut und schön. Aber mit dem falschen. Was haben sie denn? Weißwurst mit Sam. Oh, ey, das will aber... Sprech nicht davon. Das ist Horror. Horror. Du hast ein Glas Wasser. Assi. Nee. Trotzdem haben wir in Handel nur einen Streit im Stream. Geht's noch gut? Sie haben ein Problem? Sie haben ein Problem? Ja, das nennt sich ja ein Mitbewohner. Oh, Mann. Süßen Senf. Mann, ihr seid doch so arschlich. Stimmt, wir brauchen noch süßen Senf. Und viel Zucker. Sehr viel Zucker. Da wird sich der Bauch freuen. Boah. Boah. Ah, die Bauchspeicher ist halt nicht so schlimm. Die Speisen sowieso. Kann man ein bisschen, kann man ein bisschen grummeln, grummeln, grummeln. Und das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wunderschön. Essen allgemein ist gut. Man kann nicht anders sagen. Essen ist einer der größten Hobbys in der ganzen Welt. Verbindet Menschen. Macht Menschen völliger. Im Übermaß. Und, äh, man kann somit mehr lieben. Irgendwann wird's dann auch, äh, grenzwertig, aber... Ja, ein bisschen Pfunde gehen, schon klar. Ne, wie sind da die Dinger, die... Die Dinger sag ich schon. Die, ich glaube, das schlimmste fettleibige Land irgendwie... Ist irgendeine Insel. Ein Inselpart, äh, im, 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 äh, im Ost. Keine Ahnung, wie, wo, was. Die wollen, dass du ein Mikrofon hast. Der ist so leise. Ne, das Problem ist, ähm, irgendwie sein Mikrofon hier, das ist digital. Das funktioniert, das funktioniert in meinem Mischpult nicht. Und, ähm, wir hätten ein Mikrofon, aber... Dann haben wir ein Problem mit dem Mischpult. Ich brauch erstens ein Mischpult. Zweitens ein genau gleiches Mikrofon. Und Stände und Aspikaport zusammen, ne? Und dann geht's los. Aber das ist nicht so, wir machen das nicht immer. Wann machen wir das nicht immer? Vielleicht, vielleicht doch schon in Zukunft. Wenn wir das in Zukunft wirklich immer so machen, dass ich laber und er spielt eine Runde, Können wir das natürlich machen. Das... Ja, aber ist ja kein Problem, dass er, du... Wir können das ja so machen. Wollen wir das immer regelmäßig machen, dass er auch hier ist, äh, im Stream. Ist das in der Aufnahme dann? Ähm... Ja... Oder eben... Samstag ab... Abstürzen, ne? Ja... Ja, ist ein anderes Thema. Nein! Ähm... Miklaus, er will... Er wollte am Anfang nicht mitreden. Er wollte immer im Hintergrund bleiben und irgendwie, ähm... Wandelst du dich gerade. Er ist aufgegelüht. Guck mal! Du! Aber hör mal nicht gar nicht mehr. Ah... Guten Abend miteinander! Was hat man nicht auch gehört, ne? Das ist alles, was er sagen kann heute. Nein! Was? Ist das komisch, wenn du dich selbst hörst? Er ist genau gleich. Ist genau... Genau gleich wie... Wie... Wie euch schon mit Resonanzkörper, ne? Es ist genau... 1 zu... 1... Nicht 1 zu 1, aber... Ne Latenz... Und da 1. Einwillig so unten. Wirklich. 3... Dann schlägt es andere... Da... Dann schlägt es andere an... Na... Dann schlägt es eine gute Anleitung. Nein, es funktioniert nicht. Ich bin dir schon bewandt, wie das funktioniert. Wir haben, so leise mit Hut, keine Plätze mehr frei auf mich gespult. Das ist ein Problem, das ich habe. Kinder, Kinder, brenn mir so schön. Denn sie sind so doof wie Holte Kohle. Alles muss man ihnen kaufen. Nichts, aber auch nichts können sie selber machen. Denn alles nur das, was sie können, ist Essen, Saufen, Trinken. Aber das haben die Eltern verboten. Und ja, Bischpult kaufe ich dann. Zweiter Monate. Mit neuen Rechnern. Saufen ist doch nicht, also für uns nicht, nee. Für uns bestimmt nicht. Wir wohnen auch nicht bei den Eltern. Das ist ja auch komisch, denn wir ziehen aus und die gehen danach. Na, Erfolg, welchen Erfolg. Ach so. Es größer als Mikrofon, na ja, nee. Nee, nee. Es wird schon ein zweites, es wird schon ein zweites geben. Mit neuen Mischpult. Müssen wir schauen. Jetzt kommt das Mischpult dran. Und danach dann, äh, vielleicht, oder ist er vielleicht ja mitfinanziert? Nein. Ach so, okay. Können sie auch bei dir nutzen, ne? So, so, so. Kann er wieder rausdrehen und bei dir ranmachen. Müssen wir auch ein Mischpult holen. Scheiße. Du kannst das hier nehmen, du kannst das hier nehmen. Anstatt das hier, das hier. Viel bessere Audioqualität. Und noch etwas. Von meinem guten mehrwerten Zuschauer. Nein, Zuschauerinnen. Zuschauer, keine Ahnung. Ich bin doch eh doof. Äh, hey. Ich bin 15 und mach mal eine Ausbildung. Natürlich, eine Ausbildung ist was anderes. Eintopf der Mensch. Das ist wahr. Mir kaufen meine Eltern nix. Ich verdiene Geld in Ausbildung. Und ja, 10. Klasse in Ausbildung ist das Beste. Wir gehen arbeiten. Hühnerbrühen-Topf. Suppen-Topf. Fritten-Topf. Geht alles. Guck mal hier. Wir haben sogar Schokolade. Ja, das wäre ein bisschen zu viel. Wenn meine Freundin da wäre, würde ich so ein Zeug machen. Aber jetzt mit ihm, nein. Das sind nicht 400 Gramm. Das sind mittlerweile noch 150 oder so. Das war mal Schokolade. War mal. Alles in ihm. Nee, ich hab da zwei Stücke genommen. Ich hab da... Zwei Stücke hab ich da mitgenommen. Genieß die Schule. Ja, man muss die Schule wirklich genießen. Guck mal. Oh. Von au... Von unten sieht es anders aus. Ein Stück, ne? Ein Stück. Drehen Sie es um. Zwei Stücke. Zwei Stücke. Zwei Stücke. Zwei Stücke. Beruf ist aber Berufsschule. Guck mal, die sind gerade elf geworden. Jünger und spritzig. Wir sind 13,5. Nee, fast 13, ne? Du bist ein Jünger. Du bist zwölf und halb und ich bin fast 13. Und der ist schon elf. Achso. Na logisch. Wir haben ja Bärte, ne? Ich bin schon fast 13 Jahre alt. Schon ewig. Die ignorieren... Die ignorieren uns im Chat, ne? Wir müssen gar nicht mehr da sein. Das, das geht nicht mehr. Das kann man nicht machen. Guck mal. Hörst du was noch? Das brauchst du noch hier? Das brauchst du hier noch? Das brauchst du... Guck mal. Weiß mal durch. Ja, ich bin ein Friedchen. Das kann nicht sein, wenn wir runter wegboxen. Ich weiß nicht, was jetzt... Der Move hier gerade. Welcher Move? Keine Ahnung. Keine Ahnung, welcher Move das war. So. Und jetzt wird wieder gefuttert. Brenne, du Arschgeige. Brenne.